Im Grunde Immobilien ist ein Thema, was mich allerdings schon lange interessiert. Ich glaube, wenn man was im Großkonzern lernt, dann ist es sozusagen Planung und auch KPIs zu nutzen. Am Ende ist Delivery König. Also es heißt nicht nur Geschwindigkeit, Qualität, sondern auch Kosten. Competition is for losers. Also offenbar ist die Leistung, die du bringst, so austauschbar, damit er dich mit jedem anderen vergleichen kann. 30% CO2-Emissionen stammen aus dem Betrieb von Gebäuden in Deutschland. Wir sagen, dass aus jeder Tonne CO2-Minderung, die ein Immobilieneigentümer letztlich realisiert, kann man auch ein Geschäftsmodell machen. Wenn du wirklich was im Klimasektor bewegen willst, dann musst du natürlich irgendwie auch über Deutschland hinausdenken und eben auch Richtung Plattform. Wie möglich ist das ö Garpot? Untertitelung des ZDF, 2020